Ah, ist es nicht schön, dass man die Hoffnung schon fast aufgegeben hat, dass dann direkt vor einer Nase das Fass wieder auftaucht, wenn man gerade das Spiel gestartet hat. Also ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Ich hoffe, ich muss jetzt da so runter. Und ja, ja. Und irgendwie sehe ich gerade rein gar nichts, weil ich die scheiß Kameraperspektive nicht ändern kann. Aber wir schaffen das. Ja, 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 ja. Ist das nicht geil? Wir sind oben. Und yeah, dann geht es auch gleich weiter und ich weiß nicht wohin. Cool. Oh, 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 da ist Geld, 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 Geld. Wenn er an die 2200... Und ja, tut mir das echt leid, aber ich muss nochmal ganz, 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 ganz kurz einen klitzekleinen Schnitt machen. Ich hoffe jetzt doch mal stark, dass ich da jetzt nicht runterhüpfen muss, oder? Ist das jetzt nicht dein Ernst? Oh mein Gott, ich glaube, es ist euer Ernst. Ich glaube, ich mache gerade einen Riesenfehler. Oder auch doch nicht. Cool. Nein. Nee. Nein. Ey, das ist jetzt... Ey, das willst du jetzt doch nicht. Alter, was ist das denn? Was soll das? Wieso bin ich jetzt wieder ganz am Anfang? Ganz ruhig, ganz ruhig. Geil. Unsere Schrotflinte haben wir auch nicht mehr. Nur nicht in Panik geraten. Nirgendwo muss es hier doch weitergehen. Ich weiß bloß nicht wo. Sag jetzt bloß nicht, dass ich wieder... Hallo? Okay. Ähm, Daily Feral? Gott, nee, oder? Konker, du wirst doch wohl nicht so blöd sein. Ich will nicht in den Krieg. Ja, richtig geile Propaganda. Kleinsten und Schwächsten hinnehmen, dass auch jeder glaubt, er könnte ein Supersoldat werden. Ihr macht es schon richtig, Leute. So, also ich denke, ich habe irgendwas richtig gemacht. Und ich kann auch nicht mehr zurück. Das... Sieht verdächtig... Jed... Oh Mann! Gib mir die Schokolade. Jedes Mal die gleiche, ey. Nur... Ja, also... Wo muss ich hin? Hallo? Hey, es ist ja immer noch Nacht. Aber wenn ich gerade so dran denke... Da oben gibt es ja noch Geld, was ich ihm holen könnte. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich hinkomme. Also ich versuche das nochmal da, ansonsten muss ich es ja irgendwo von drinnen da rausgehen. Also... Das probieren wir jetzt mal als erstes aus. Außer das scheiß Viech kommt... Wieder... Puh! Also ich nehme jetzt echt mal stark an, dass... Okay, hier ist leer. Dass ich aus irgendeinen von diesen Dingern da rausspringen muss. Aber ich weiß nicht, komme ich da überhaupt hin? Ey, das ist doch... Ich weiß nicht! Also da ist der... Eingang. Und irgendwo da, eins von denen müsste das jetzt sein. Wahrscheinlich du... Aber da komme ich doch niemals hin, oder? Oh oh, ne, 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 das muss ich irgendwie anders machen. Vielleicht mit ein bisschen Anlauf. Wie viel Leben habe ich noch? Drei, okay. Eins kann ich schon opfern. Oder vielleicht auch zwei. Ich will das Geld haben. Oh oh oh, das war eine schlechte Idee. Das war eine schlechte Idee. Nicht, 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 nicht! Also das ist schon mal, äh, ja... Nicht so der richtige Weg. Aber wie komme ich zu diesem Geld? Was soll ich jetzt tun? Hm. Das könnte sich als Problem rausstellen. Oder komme ich irgendwie da hoch? Oder... Oder, oder... Oder dieses Seil da. Das muss doch irgendwas bringen, oder? Hä, lol. Ich kann da von der anderen Seite drüber hüpfen, aber jetzt nicht mehr. Ist doch nicht dein Ernst, oder? Das ist ein Witz! Ich kann es mir nicht anders erklären, als wenn ich jetzt irgendwie auf dem Seil da hüpfen müsste, aber... Da hält er sich ja nicht fest, der Spaten! Ich weiß immer noch nicht, wo ich lang gehen soll. Hallo? Irgendein Weg? Huhu! Ein... Wow! Ja, toll! Dacht schon, geil, irgendwas Neues und was passiert. Wieder der gleiche Scheiß. Ach, geil! Keine Würmer mehr! Huhu! Ich will da... Ich will da... Ich will das Geld haben! Also... Da kommen wir auch nicht weiter. Dann gucke ich mal, ob es da links weiter nach oben geht. Sieht mir nämlich ein bisschen verdächtig aus. Oh, doch, doch nicht. Äh, 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 äh. Komme ich da wirklich nicht hoch? Doch, doch, doch! Ich komme hoch! Und... Hä? Wow! Ich glaube... Ich glaube... Ich glaube... Ja, ich habe es! Ich habe es! Alter, wie geil! Hammer! Noch mehr Knitte! So, nur geil, dass ich jetzt wieder keinen Plan habe, was ich weitermachen soll. Vielleicht da unten irgendwas an der Kreuzung oder... Keine Ahnung! Aber die schicken mich hier nicht umsonst hin. Also ich bezweifle, dass ich da wieder zurück muss. Also das wäre ja jetzt wirklich selten dämlich. Bienen, Wespen... Aber ich... Ich weiß es nicht. Da vorne vielleicht? Da ist ein Weg frei. Das könnte doch... Könnte doch... Ja. Ja. Komm. Komm schon. Ich will wieder zurück. Alter. Das sieht jetzt mal mehr als nur gefährlich aus. Oh Gott. Oh Gott. Sind die gut oder böse? Aber okay. Ich sollte vielleicht erst mal Gedanken machen, dass die schlafen. Obwohl sie gar nicht schlafen sollten. Okay. Ich glaube, sie sind gut. Und das Ding, was da unten gerade rausgekommen ist, ist böse. Also. Ich will wieder zurück. Aber jetzt eindeutig. Und... Ja. War klar. Der einzige Ausgang wurde versperrt. Hey, dich kann ich doch. Wenn du jetzt so nachher bist, dann sich die Wahrheit verdienen. Gemetzel? Entsetzlich? Ich will hier raus. Ich glaube, die anderen waren schlauer als Conker. Hatte irgendwie keinen Plan, wie man eine Uhr lesen soll. Gib einfach eine Waffe und fertig Ach, ich darf entscheiden Okay, ich nehm nicht an Lass mich gehen Ey, das wird ja immer besser Jetzt werde ich schon in Kriege hineingeworfen Ich hab immer noch nicht mehr als einen scheiß Holzschläger Haben die irgendwie kein gescheites Kriegslied? Aber der ist ja echt geil Also Ich weiß nicht, ich glaub Scheiße, ich muss ja wieder den dummen, drecksgefährlichen Weg nehmen, ey Habt mir ja gar nichts anderes übrig Alter, ja klar Klar, wechsel nochmal Auf die andere Seite Ist ja nicht so, als ob ich das nicht gewusst hätte Aber da ist ja wieder Schoki Warum tut man mir sowas an? Äh, okay Klasse, was soll ich jetzt machen? Also eigentlich könnte ich da jetzt durch, aber Ich denke mal, das wird sowieso wieder eine imaginäre Wand Oh, geht das hier weit Oh, 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 da kann ich bestimmt hoch, da kann ich bestimmt Geh doch hoch, Konker Geh doch hoch, hoch Hä? Ich dachte ja eigentlich, er muss hoch Ja, klar, ey Ja, klar Das war doch so klar, ey Achso, die fahren nur nicht hoch, wenn ich drauf bin Cool Gibt's da oben vielleicht irgendwas? Sieht man ja nochmal Bestimmt, lass mich mit hoch Fahr Hoch Fahr hoch Hallo, das ist doch ein Witz Jetzt komm schon Ha! Ey, das Ach, fick dich doch, ey Ist nicht mehr komisch Ich will nicht an den scheiß Fässern vorbei Ich will nicht Ach, da geht's runter auch noch Kann ich mit dem Ding irgendwas machen? Nee Wäre viel zu einfach Ähm Okay Kann ich da jetzt tauchen? Tauchen Konker, du kannst tauchen Du kannst doch tauchen, Konker Super, er hat's wieder verlernt Wow Hammergeil Oh, 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 da ist was, da ist was Das sieht verdächtig aus Ein Schalter Ich habe einen Schalter gefunden Heute ist mein Glückstag Und da ist ein Blitz drauf Das sieht überhaupt nicht gefährlich aus Wow Eiskalt geht die Beleuchtung an Oh, und ein B-Knopf Okay, okay Ich bin schon still Solange der B-Knopf auch irgendwas Cooles bringt Irgendwas Sinnvolles Also die rote Lichter sehen irgendwie gefährlich aus Okay, sie machen nix Wow, 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 wow Oder auch doch Alter Ich brauche eine Waffe Wow Soll ich jetzt mit der Steinschleude das Ding da kaputt machen, oder was? Geil Bringt's ja voll Okay Also muss ich Keine Ahnung was machen Hä? Vielleicht Hä? Ich kapier's nicht Ich check's nicht, ey Hallo Wieso habe ich eine Steinschleude? Wieso habe ich eine Steinschleude? Ist doch voll dämlich Ey, so ein Dreck Hä? Du musst doch irgendwas Irgendwas Zum Kaputt machen sein Ey, jetzt komm schon Lass mich hier nicht so sitzen, ey Wozu habe ich eine Steinschleude? Wo habe ich eine Steinschleude? Ey, ich kapier es nicht Also was gibt es hier, was man vielleicht mit einer Steinschleude kaputt machen kann? Da komm ich schon mal nicht hin Das brauche ich auch nicht Ich denke mal, diese roten Lämpchen kann ich damit auch nicht kaputt schießen Schieß Irgendetwas kaputt Will doch nur irgendeinen Anhaltspunkt haben Aber da ist keiner Ey, der B-Knopf war doch mal wieder Ey, da war jetzt wieder sinnlos Ich mag nicht mehr Wo geht es hier weiter? Ich mag nicht mehr Also ich denke mal, hier drin zu sitzen, bringt es mir auch nicht, oder? Dann natz ich jetzt mal diese scheiß Spinnenviecher Vielleicht passiert hier irgendwas Vielleicht, vielleicht auch nicht Wow Alter, ja, explodiert Hey, das zieht mir nichts ab Das zieht mir nichts ab? Wieso zieht mir das nichts ab? Also gut, das bringt mir schon mal nicht, die in die Luft zu jagen Aber was soll ich hier machen, bitte? Ja, klar Ja, jetzt zieht es mir auch mal was ab, oder? Logisch Leute, wir sehen uns im nächsten Part Ich habe hier irgendwie Ja, also dann Mal sehen, ob das im nächsten Part besser funktioniert Boah Ich habe extra noch gesagt Gib mir nichts Sinnvolles mit diesem scheiß B-Knopf Und was kommt? Ne Steinschleuder Im Krieg Geil Nun ja, Leute Hoffe ich, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder Und dann Cheerio